Liebe Zuschauer, liebe Episoden, viele von euch haben ja mitbekommen, dass in Las Vegas ein vermeintliches UFO abgestürztes und dann riesengroße außerirdische Menschen in ihrem Garten in Las Vegas besucht haben, woraufhin dann diese die Polizei gerufen haben und so weiter und so fort. Bevor ich jetzt lang rumrede, für viele, die das vielleicht gar nicht mitbekommen haben, ich zeige euch jetzt hier mal einen Clip von einem Nachrichtensender aus den USA, die meines Erachtens doch am besten darüber berichtet haben und dann komme ich mit meiner Meinung ums Eck. David Scharns mit dem Video, auf 8 News Now. David Scharns mit dem Video, die 8 News Now you will only see in 8 News Now. David? DENISE Sources telling The ADZEN Investigators that several agencies believe something landed or crashed whether it was nonhumans or not. It certainly scared the people living on this property. Now, before we show you that video, listen to their call for help. There's like an eight foot person beside it and another one is inside and it has big eyes and looking at us and it's still there. Okay, where is this on your property? Uh in my backyard. I swear to God, this is not a joke. This is actually we just terrified of it. So there's two people or two subjects that are in your backyard? Correct, and they're very large. They're like eight foot, nine feet, ten foot. I don't know. They look like aliens to us. Big eyes, they have big eyes like, like I can't explain it and big mouth. They're shiny eyes and they're not human. They're 100% they're not human. Okay. Well, the eight news now investigators obtaining video as officers then responded to the call you just heard. You'll see the officers also saw something in the sky that night. But the big question is, what was it? And is it all connected? It's almost midnight on May 1st when a Las Vegas Metro police officers body cam catches this something flashing low in the sky. 911 emergency minutes later. There's a there's like an eight foot person beside it and another one's inside and it has big eyes and looking at us and it's still there. Someone calls 911 reporting two large figures in their backyard. I'm still nervous right now. The eight news now investigators obtaining another officers video as he sent to the Northwest Valley home. I have butterflies, bro. Everyone thought of shooting star. Then these people say there's aliens in their backyard. By now it's more than an hour after that bright light officers meeting up with the caller and his family. What'd you see? It was like a, it was like a big creature, a big creature. Yeah. I'm not going to BS you guys. One of my partners said they saw something fall out of the sky too. So that's why I'm kind of curious. Did you see anything land in your backyard? They see like a big, that's what they say. They see like a big, like a big something with light. What I saw right now, I do believe in it. Police walk into the backyard to investigate, but Metro blacked out that part of the video because it's considered private property. What's clear they're taking this call seriously. Hey, this might sound like a really dumb question, but did you guys see anything fall out of the sky? Asking others what they saw. Uh, I would normally discount it as nothing. However, um, seeing as one of my partners said they saw it too, only reason I'm actually investigating any further. That investigation turning up no concrete answers as of Wednesday, whatever or whoever fell into that yard long gone within minutes. Oh hey, if those nine foot beings come back, don't call us, alright? Deal with it yourself. I ain't dealing with that. So, jetzt habt ihr das Video gesehen. Ich hab hier, es gibt unendlich viele Artikel, die sind alle ungefähr ähnlich. Ich lese euch das mal vor, was hier steht. Was das Aliens Video aus Las Vegas enthüllt, als ein mysteriöses blaues UFO vom Himmelfeld. Ihr habt das ja im Video gesehen. Bodycam-Aufnahmen der Polizei von Las Vegas scheinen ein helles Licht zu zeigen, das sich schnell am Himmel bewegt und zwar in derselben Nacht, in der ein Anwohner eine Meldung über Außerirdische erstattete. Am 30. April, also das ist schon eine Zeit lang her, weil ich hab ein paar Kommentare aber glaube ich auch gelesen hab, wo viele dachten, das ist jetzt aktueller gewesen, aber es ist tatsächlich am 30. April diesen Jahres gewesen, gegen 23.50 Uhr, da sprach ein Polizeibeamter der Las Vegas Metro in Las Vegas, Nevada mit einem Bürger auf der Straße, bevor er kurz etwas am Nachthimmel streifen sah. Das nicht identifizierte Flugobjekt, in dem Fall ein UFO, leuchtet hell, während es sich über ihm bewegt und das ungeklärte Phänomen veranlasste die Polizei, dann Ermittlungen einzuleiten. Laut einem Bericht von 8NewsNow rief innerhalb einer Stunde ein Mann die Polizei und sagte, er habe etwas vom Himmel fallen sehen und zwei Gestalten gesehen, die sich in seinem Hinterhof im Nordwesten des Tals bewegten. Während des Anrufs bei der Polizei beschrieb die Person die Figuren als Aliens und sagte, sie könnten zwischen 8 und 10 Fuß groß gewesen sein. Er beschrieb sie als Menschen mit großen glänzenden Augen und großen Mündern. Daneben steht eine etwa 2,40 Meter große Person und drinnen ist noch eine, die große Augen hat und uns ansieht. Und sie ist immer noch da, sagte Anrufer einem Disponenten. Der Disponent fragte dann, wo sich die Figuren auf dem Grundstück befänden und versuchte, weitere Informationen zu erhalten. In meinem Hinterhof, ich schwöre bei Gott, das ist kein Scherz, das ist tatsächlich so, wir haben schreckliche Angst, sagte der Anrufer. Sie sind sehr groß, sie sind etwa 8 Fuß, 9 Fuß, 10 Fuß groß. Sie sehen für uns aus wie außerirdische. Große Augen, sie haben große Augen, ich kann es nicht erklären. Und einen großen Mund, es sind glänzende Augen und sie sind keine Menschen. Sie sind zu 100% nicht menschlich. Nach dem Anruf ging die Polizei zum Haus der Familie und befragte sie zu dem Vorfall. Dabei teilte sie ihn auch mit, dass einer der Beamten früher am Abend auch etwas Helles am Himmel sich, äh, nicht sich, sondern etwas Helles am Himmel bewegen sah. Die Familie versuchte im persönlichen Gespräch mit dem Beamten erneut zu beschreiben, was sie ihrer Meinung nach gesehen zu haben glaubte. Eine der Personen beschrieb die Figur als große Kreatur, ziehen Fuß groß und so weiter und so fort. Genau. Wie gesagt, diese Berichte hier in den amerikanischen Nachrichtenseiten, die sind alle wirklich sehr gleich. Ich hab das bei, ich weiß gar nicht mehr, ich glaub bei Twitter hab ich das letzte Woche irgendwie gesehen gehabt. Und ich hab mir gedacht, hm, also ich bin ja, ihr wisst es ja selber, ich bin natürlich sehr aufgeschlossen gegenüber Ufos und allen möglichen verrückten Sachen, die ich hier auch in meinem Kanal erzähle oder die wir auch hier in unserer Mystery-Bonde euch erzählen. Aber ich bin da auch immer skeptisch, wie viele von euch wissen. Und das ist ja auch in Ordnung, weil ich versuche immer zu recherchieren, bis ich eine Lösung finde, wo ich sag, okay, das ist in Ordnung und alles, was ich nicht erklären kann, ist auch wirklich gut. Wo ich sag, da mag wirklich noch mehr dahinter sein, aber ich geb mir jetzt mit dem Ganzen nicht so zufrieden. Und dann hab ich mal so geschaut, was ist denn da in diesem Zeitraum passiert. Wir haben ja hier 30. April gegen 23.50 Uhr. Und da gibt es in Amerika dann auch die American Meteor Society. Ich bin da raufgekommen, denn ich bin auch schon mal in meinem Garten gesessen vor, ich sag jetzt mal, acht Jahren, neun Jahren. Und das war mitten in der Nacht, ich sag jetzt mal so halb eins in der Früh, bin draußen gesessen, hab gemütlich eine Zigarette geraucht und dann ist der Himmel richtig grün geworden. Und dann ist eine grüne Feuerkugel am Himmel aufgetaucht und die ist, also das war ein Riesenobjekt. Und das ist dann wie in Zeitlupe über mich hinweg geflogen. Und ich war so gelähmt von dem, was ich in dem Moment gesehen habe, dass ich mein Handy auch nicht rausgezogen habe und das gleich gefilmt habe, weil ich halt einfach nur extrem fasziniert war von diesem leuchtenden grünen Teil. Und das war wirklich faszinierend, also interessantes grünes Leuchten. Und mir war in dem Moment, wo ich das am Anschauen war, nach kurzer Zeit klar, dass das kein Ufo ist und jetzt irgendwelche außerirdischen landen, sondern dass es einfach ein größerer Meteor ist, der hier niedergeht. Und was echt witzig war, ich bin dann, das hat, ich sag mal, ein paar Sekunden gedauert. Mir kam es halt natürlich länger vor. Ihr kennt diese Situation, wenn man sowas erlebt. Und hab dann mein Handy gezückt und hab dann geschaut, ob es irgendwelche Informationen gibt. Und ich bin, sag ich mal, bestimmt noch eine halbe Stunde ungefähr draußen gesessen und irgendwo in diesem Zeitraum hab ich auch einen Knall gehört und hab dann am nächsten Tag erst herausgefunden, also dass es tatsächlich ein Meteor war. Und der ist dann in einiger Entfernung von wo ich wohne niedergegangen, aber ich hab den Knall gehört von dem Ding. Genau. Und deswegen hab ich mir gedacht, also von dem Video, ihr habt ja dieses blaue Ding da runterfallen gesehen, das mag der Kamera geschuldet sein, das kann aber auch der Zusammensetzung des Meteoriten, der da niedergegangen ist, geschuldet sein. Je nachdem, was da für Stoffe sind, wenn die verbrennen, dass es halt in meinem Fall grün war, in dem Fall bläulich war. Und ja, da gibt's diese American Meteor Society, die 1911 gegründet wurde. Und da kann man natürlich dann auch nach Daten suchen und hier hab ich den 1. Mai. Und am 1. Mai gab es tatsächlich 21 Meldungen über einen Feuerball, der über Arizona, California, Nevada und Utah gesehen wurde. Und wir sehen hier, hier ist Las Vegas. Genau, die Flugrichtung ist hier mit einem blauen Pfeil eingezeichnet. Und das Ding ist hier so rüber geflogen. Die Familie, die das gemeldet hat, ist in Las Vegas auf der nordwestlichen Seite des Valleys, also in der Ecke hier ungefähr, sag ich mal, angesiedelt, die das Ganze reportet hat. Und das muss ich sagen, ist für mich die logische Erklärung. Was ich nicht ganz verstehe in dem Bericht, das ist dieses Versteifen, auf das da große Menschen da waren. Also ich möchte das nicht mich über die lustig machen oder sagen, die haben vielleicht irgendwie die falschen Zigaretten an dem Abend geraucht. Irgendwas müssen die ja gesehen haben, denn, das wisst ihr vielleicht nicht, aber in Nevada ist es nicht ohne einen Fake Notruf abzusetzen. Da gab es einige richtig heftige Prozesse, die richtig hart geahndet werden, weil die Polizei echt bessere Sachen zu tun hat, als da irgendwelchen gefakten Anrufen nachzugehen. Und deswegen bin ich mir sicher, dass die Familie, die das gemeldet hat, sich dessen bewusst war und ist und den Notruf abgesetzt haben, weil die wirklich beunruhigt waren. Das wäre das Interessante, man findet aber nicht mehr dazu. Natürlich gibt es auch keine Beweise, die Polizei hat dann auch nichts gefunden. Die Familie hat natürlich auch keine Fotos aufgenommen, weil die wahrscheinlich im Moment auch, so wie ich damals, in meinem Garten total geflasht waren von dem, was da gerade eben passiert. Also das ist das Einzige, was ich nicht wegerklären kann, was sie da gesehen haben. Und das würde mich wirklich interessieren. Aber bleiben wir mal bei dem, was ich euch erzählen kann. Also ich kann nachweisen, da ist irgendwie ein größerer Sturm gewesen von Meteoritensichtungen, dass ein großer Feuerball rumgeflogen ist. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, hier oben in Nevada, Nevada ist ja bekannt für Area 51, ganz genau. So, ich habe euch hier mal Google Maps hergeholt. Hier oben ist die Area 51 und hier unten ist Las Vegas. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Entfernungsmessung hinlegen wollen würde, Es sind ungefähr 140 Kilometer Entfernung Luftlinie von Las Vegas zu Area 51. Und es ist nicht das erste Mal, dass aus Las Vegas heraus in Richtung Nevada Sachen sichtbar sind, die dort am Groom Lake passieren, die auch nichts vermutlich meistens mit der Außerirdischen zu tun haben, sondern einfach Erprobung von irgendwelchen Prototypen von Flugzeugen inklusive Übungen, wo alles Mögliche passiert. Ich habe hier auch ein Video, eins von vielen, die man finden kann. Hier steht zum Beispiel, dass ein Zuschauer teilt sein Video von mysteriösen Lichtern, die im Nachthimmel über dem Las Vegas Valley zu sehen sind. Ich lasse es mal kurz laufen. Da seht ihr hier ein tolles Arrangement von blinkenden Lichtern, die auch kein UFO waren, sondern halt irgendwelche militärischen Übungen, Operationen, die da im Nachthimmel in diesem Valley stattgefunden haben. Man stolpert immer wieder über solche Phänomene und es ist schon klar, dass man verunsichert ist, weil sowas ist ja auch nicht regelmäßig zu sehen, aber dadurch, dass die Area 51 einfach da ist und das ganze Gebiet, also ich war schon ein paar Mal Nevada, das ist ein recht karges, trockenes Gebiet und dieses Gebiet wurde schon immer genutzt für militärische Operationen, Tests und so weiter. Ich habe auch schon mal in meinem alten YouTube-Kanal ein Video gemacht über die Ecke, also einige Videos, aber ein Video, wo ich ein anderes Video debunkt habe, weil es gibt dort gewisse Sachen zu sehen und das sind halt einfach alte Testranges, die vor dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind, wo die Amerikaner dort einfach Bombenabwürfe geprobt haben in der Wüste, weil da auch nicht wirklich irgendjemand wohnt und das ist einfach diese ganze Ecke. Also meines Erachtens nach ist das Thema relativ schnell erklärt, was da über Las Vegas gesehen worden ist. Das ist einfach ein größerer Meteor, einer vielleicht von vielen, mit anderen Bruchstücken, mit vielen Sichtungen, das Ganze verbunden war, was die großen Figuren betrifft. Ich habe es ja vorher schon ausgeführt, da kann ich euch leider nichts dazu sagen und ich bin mir sicher, da wird auch nichts mehr kommen, weil es wurde nichts gefunden, niemand hat eine Aufnahme, wer soll jetzt ums Eck kommen und sagen, okay ja, außer diese riesengroßen Figuren tummeln sich noch irgendwo in Las Vegas beim Glücksspielen und werden dort entdeckt, werde ich euch darüber berichten. Da wir gerade bei dem Thema sind, ich habe ja letzte Woche euch über diese angeblichen Behauptungen berichtet, wo der US-Regierung wieder vorgeworfen wird, dass sie UFOs, Teile von UFOs, außerirdische Technologie absichtlich zurückhalten und in der Zwischenzeit sind auch andere Skeptiker aufgewacht. Ich habe hier einen guten Artikel, der möchte noch kurz darauf eingehen. Skeptiker nimmt Behauptungen über außerirdische Raumschiffe der Regierung in Suisir. Alles, was wir haben, ist, dass er gehört hat, wie andere Leute ihm Dinge erzählt haben und das reicht als Beweis wirklich nicht aus. Das war mir in dem Umfang gar nicht bewusst, denn ich werde euch das ganze Ding jetzt nicht vorlesen, ich möchte es nur ganz kurz mal angesprochen haben. Und dieser Dave Goosh, von dem ich euch da letzte Woche erzählt habe und über den ihr selber auch gelesen habt, der behauptet ja, dass die USA ziemlich viele außerirdische Raumschiffe haben, die abgestürzt sind oder gelandet sind. Warum sind dann nur Isotopen, bla bla, das ist, genau. So, und das Interessante ist eigentlich, das war mir so gar nicht bewusst, und zwar steht hier, er wies auch darauf hin, dass Goosh sein Bericht nicht einmal aus der Ich-Perspektive stammt, sondern lediglich auf Dingen beruht, die er angeblich von ungenannten Dritten gehört hat. Leider hat er, weder sie gesehen, noch irgendwelche Fotos von ihm, dem Fahrzeug oder der Technologie schrieb Westen, einem Follow-up. Trotzdem versichert er uns, dass es wahr ist. Abgesehen von der Skepsis würde man Goosh Darstellung für bare Münze nehmen, was wir zum jetzigen Zeitpunkt definitiv niemand empfehlen würden. Dann räumt dieser West ein, dass es sehr cool wäre. Es wäre wunderbar, wenn es wahr wäre, sehe ich auch so. Aber das ist wieder einer von vielen Berichten, wo ich auch früher in meinem alten YouTube-Kanal da auch mit aufgesprungen bin und die paar Brotkrummen, die vom Tisch runterfallen, aufgefangen habe und euch erzählt habe. Und genauso ist es hier auch wieder. Es ist viel heiße Luft um nichts, aber was halt noch verstörender ist, ich habe jetzt wirklich gedacht, dass dieser Goosh, nachdem er so ein ganz wichtiger Geheimdienstoffizier war und alles Mögliche, dass er tatsächlich selber was gesehen hat oder damit in Kontakt war. Und es ist leider nicht so. Und hier unten kommt nochmal, nee, ich glaube, das war schon. Außer der Satz, letztendlich gibt es einfach nicht viele Beweise, eigentlich gar keine. Die Grus will die Behauptung stürzen. Alles, was wir haben, ist, dass er gehört hat, wie andere Leute ihm Dinge erzählt haben. Und das reicht dann als Beweis wirklich nicht aus. Und das sehe ich ganz genauso. Also ist es schade, wir werden da immer wieder hingehalten. Und ich habe es ja in meinem Video letzte Woche gesagt, ich kann mir das schon vorstellen. Ich habe es ja da ausgeführt, das werde ich jetzt nicht nochmal machen. Aber ja, viel heiße Luft um nichts. Da wollt ihr euch nur einen kurzen Head-Up geben, weil darüber ein Video nochmal zu machen, ist mir die Zeit nicht wert und eure Zeit auch nicht. Da habe ich noch viele interessantere Sachen für euch im Petto, die dann kommen. Also, ich danke euch fürs Zuhören, für alle, denen es gefallen hat. Ich bedanke mich bei euch, freue mich, wenn mein Kanal euch gefällt. Und für allen, die das nicht gefallen hat, was ich erzählt habe, ich freue mich, wenn ihr immer noch da seid und gerade meine Worte hört, dass ihr dennoch so lange zugeschaut habt. Und ansonsten wünsche ich euch was. Und wir hören uns beim nächsten Video. Also, macht's es gut, euer Peso. Servus. Servus.